Musik Wir befinden uns hier gerade in Belgiens Hauptstadt Brüssel. Der Belgian B-Town startet morgen und neben mir Stephen Knüddl und sein Übersetzer Nicolas. Stephen, morgen haben wir einen tollen Tournament. Ist es eher schwer für ein Tournament zu kämpfen als normal für dich? Ich denke, es ist eine große Chance für einen Tournament hier, besonders in Brüssel. Ein Tournament ist anders als nur ein Spiel. Wir werden zwei, also müssen wir gut zusammenarbeiten und gut vorbereiten. Er ist glücklich, dass dieser Tournament hier in Brüssel leben. Wir leben hier in Brüssel. Die Herausforderung ist, dass er zwei, also zwei, fünf Minuten nach drei, fünf Minuten nach fünf Minuten nach. Der Rekord ist sehr wichtig, und der Krieg ist sehr gut. Das gibt es mehr Kraft für dich in Brüssel, in Brüssel? Ja, es gibt viel courage und viele Leute, die ich kenne, die mich empfangen. Es gibt viele Leute, die morgen kommen und sehen, dass sie in Brüssel kommen. Was ihr noch nicht mehr so? Was ihr noch so? Was ihr noch so? Was ihr noch so? Wir haben ihn ein bisschen gesprochen. Ich denke, er ist ein guter Spieler. Ein guter Typ im Boden. Und ich denke, jeder Spieler muss sich nicht mehr verraten. Ich denke, ich werde mich nicht mehr auf der Legeher. Und wir sehen uns was es morgen. Er ist gut. Er ist gut im Übersetag. Er ist gut vorbereitet. Er ist gut. Wir müssen morgen ein guter Kampf machen. Das ist toll, ich glaube, dass deine Fans es lieben, dass ihr bereit seid. Können wir von dir ein paar Tipps für morgen? Wie wird der Kampf enden? Kannst du uns sagen? Entschuldigung? Wie wird der Kampf enden? Kannst du uns eine Prädikation geben? Wer wird der Kampf enden? Ich weiß nicht, das wird von jedem Kampf. Ich glaube, dass wir alle auf jeden Fall sind. Wir sehen uns morgen. Wir müssen uns warten für morgen. Jeder Kampf ist gut. Wir warten und wir sehen uns morgen. Ok, da sind wir. Wir warten für morgen. Und hoffentlich sehen wir einen tollen Kampf. Vielen Dank und Glückwunsch. Danke. Danke. Danke.